Es ist schwer nicht zu hassen. Es ist schwer nicht zu hassen. Menschen, Dinge, Institutionen. Wenn sie dein Lebensmut brechen und es ihnen Freude macht, dich blutend zu sehen, dann ist Hass das einzig folgerichtige Gefühl. Wenn sie dein Lebensmut brechen und es ihnen Freude macht, dich blutend zu sehen, dann ist Hass das einzig folgerichtige Gefühl. Wenn sie dein Lebensmut brechen und es ihnen Freude macht, dich blutend zu sehen, dann ist Hass das einzig folgerichtige Gefühl. Wenn sie dein Lebensmut brechen und es ihnen Freude macht, dich blutend zu sehen, dann ist halt irgendwie alle komplett gelehnt, Alter. Sagt ihr mal, diese Welt da draußen ist die Hölle? Jetzt komm mit der Verlichtung willkommen, Ben! Ich habe eine ganze Reihe von schlechten Entscheidungen getroffen und dich doch nicht noch getroffen. Ich habe eine ganze Reihe von Tour, Das Leben ist nichts weiter als ein bedeutungsloser Haufen Chaos. Es kann mit der Vernichtung begonnen werden. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Immer mehr, 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 immer mehr junge Menschen in Deutschland nehmen Rauscht. Habt, 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 habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Rauscht, wie, verriere! Rauscht. 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 Ausgürst 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 Habt ihr Bock? Es kann nicht Es kann nicht Es kann nicht Die 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 Machen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020